wunderschönes wetter und hier ist ladies night. heute sitzt meine bessere hälfte mit ihren mädels und die essen gemütlich zusammen. baby what is the name in thai for this? ich denke mal in deutschland würde man das bezeichnen wie so ein mix aus raclette und fondue also ringsherum gibt es quasi so eine heiße platte wo halt gemüse pilze und fleisch draufgepackt werden und in drinnen das ist halt nicht öl das ist halt baby inside cooking is all mixed with soup es ist so in drinnen wird es wird so eine suppe gekocht da wird gemüse reingepackt also das gemüse wird in der suppe gegart. die mädels die lasse ich heute abend mal so ein bisschen alleine aber ich werde mal bei euch mit reinschauen wir werden so ein bisschen gucken ja wir werden ein bisschen gucken was die so veranstaltet und dann habe ich später noch ein kleines spiel mit denen geplant und zwar habe ich mir ein paar bilder von deutschen persönlichkeiten promis stars oder leute für die deutschland leute wofür deutschland bekannt ist rausgesucht und mal schauen ob die vielleicht den einen oder anderen erkennen oder erraten ich habe das war meine zweifel aber wir probieren das mal die team ist auch wieder an start und später werden wir auch noch mal im interview nach ihrem interview ob da vielleicht der ein oder andere spannende und interessante mann bei den e mail anfragen dabei gewesen ist heute auch glück mitten in der regenzeit wie man sieht ich weiß hier wollte ja die mädels sehen nicht das schöne wetter aber das ist auch gerade wundervoll so ich werde euch auch kleinigkeit essen und ansonsten ist es immer schön wenn auch frauen mal unter sich sind dann verziehe ich mich habe ja auch meine arbeit zu erledigen und später stoße ich noch mal dazu und ja das ist natürlich schön dass wir so richtig großen balkon haben ja baby this is good that we have so big balconen ja i can give you a phone no pompen nope pompen ja kim you see i i learning better tai you know Was ist das? Ich habe einen kleinen Karten. Was ist das? Will du mal probieren? Es ist mir. 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 Und Bier? Es ist soju. 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 Was is soju? Es ist soju. Soju. Okay. Okay. Mm. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Das ist immer so wirst. Ja. Man kann es nicht. Das ist so schön. Das ist so schön. Wie geht es? Das ist schon ein Video für YouTube. Ja. Du kannst mich sagen Tschü. Sie sind so schön, oder? Nein. Sie sind so schön. Sie sind so schön. Sie sind so schön. Das war. Na yournach. Na ich auch, Na. Na, na. Na ich, Na. Na, na und zä. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie weiß ich wissen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. was weiß nicht. Was ist alles? Hi, was�. Was ist das? Ich habe versucht es mit Alkohol. Alkohol von Korea. Alkohol von Korea. Es ist ein sehr süßes. Es ist für koreanische Leute zu trinken. Es ist das gleiche Wodka. Aber es gibt nicht so viele Prozent Alkohol. Ich denke wir haben... 12. 12. Ja, 12. Okay. Wodka ist mit Alkohol. Ja, ich sehe. Wodka ist mit Alkohol. Ja, ich sehe. Ja, ich sehe. Ja, ich sehe. Kann ich nicht essen, aber... Ja. Ich habe es mit Alkohol. Ja, ich habe es mit Alkohol. Es ist sehr süß. Wir sind alle voll. Die Mädchen noch viel mehr. Ich habe es mit Alkohol. Ich habe es mit Alkohol. Ich habe es mit Alkohol. Oh, Pukati. Aber es ist normal. Wir machen es mit Alkohol. Nein, wir machen es mit Alkohol! Ein Einides, die sind schon ausmacht. Det ist ein ein Schuss. Das sind schäuert alles. Als wir das in Alkohol haben in Alkohol, sie sind. Das ist es ist ein Schuss. Aber ich kann es nicht ausmacht. Wir können das ausmacht her. Mit Alkohol haben wir das in Alkohol? Wir spielen ein Spiel. Ich zeige den Mädels Persönlichkeiten, bekannte Leute aus Deutschland und mal gucken ob sie irgendwer raten. Das ist eine deutsche Frau, sehr bekannt in den USA. Ich denke, sie ist mehr als in den USA. Heidi Trum. Nein, ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Sie macht einen Modell Casting Show. Sie sagen, Sie kennen die Sing Show? Amerikaner Got Talent? Amerikaner Got Talent. Ja, sie ist in Japan. Okay, okay, okay. Sie kennen Modell. Okay, die nächsten Mal. Sehr帥. Das ist ein German actor. Ich weiß nicht. 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 Nein, nein, nein. Einfach ein Film. Nein. Aber Handsome? Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht. Ein bisschen älter. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Sie haben sie sehen. Okay. Sehr gut. Sehr alt und jetzt. Sehr alt. Aber der Mann ist nicht deutsch. Er ist aus Österreich. Aber das ist alles. Oh mein Gott. Ich hab jetzt die Jäplen. Das ist so, was ich? Ich hab jetzt die Jäplen, die ich habe, nicht leid. Ist das nicht? Die Jäplen ist das so. Wir kennen die Jäplen, was ich von Hitler. Hitler. Ich bin es dran. Ich bin es dran. Ich bin es dran. Ich bin es dran. okay 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 but good 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 but look a little bit the same okay okay for many years one famous Stimmen. Schiff, Lass. Stimmen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Welter, ich bin. Ich bin. Ja, ja, ja. In Deutschland. Hallo, Angie. Ich bin. Ich bin. Angela Merkel? Ja, ja. Sie sind der deutsche Präsident. Ja. Ich bin der Präsident. Und jetzt ist sie alt. Als sie jung war, ist sie sehr, sehr schön. Das ist sie sehr, sehr jung. Ich weiß nicht, warum sie es so jung ist. Wir sind ein Mensch, aber nicht ein ganzer Deutsch. Sie sind ein Mensch. Sie sind ein Mensch. Sie sind ein Mensch. Sie ist ein Mensch. Okay, sehr bekannt. Sehr gut! Sie ist ein Deutsch. Und jetzt ist es ein Deutsch. Aber sie ist ein Deutsch. Unglaublich. Den kennen alle die Mädels. Ja. Vielleicht in Nordisch. In Nordisch is her in Nordisch. Angel Haas is a designer. Whatever brand? Wo ist die Fantastik? Welche Brands? DK Kallo... Brands sind's... City Auch, 있으니까... Design! Es ist so, wie auch... Das ist diete Neu. Die Weihnachträhte Ich sehe auch ein paar Freunde aus dem Thema. Wenn ich keinmal in der Geschichte weiß. Ich weiß nicht die Name von dich. Und jetzt kommt ein Mann, es ist nur ein Mann, sehr bekannt, in Deutschland und in Thailand. Ich bin... Hä, ihr wisst? Ich weiß, er ist ein Mann, ein Mann, ein Mann. Ich bin ein Mann, ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann, ein Mann. Ich bin ein YouTuber und ein BigDuck. Ich bin ein YouTuber und ein BigDuck. Ich bin ein Mann. Frank? Frank? Nein, jetzt kommt ein Mann, eine von den Schönst du aus Deutschland. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Nein, das ist ein Mann. Nein, nein. Sie ist ein Komödie, du weißt. Aber es ist ein Mann. Es ist eine Mann, es ist ein Mann. Es ist ein Mann. Es ist eine Mann. Es ist ein Mann. Ja, wir wissen es nicht. Ja, es ist okay. Aber wir wissen, dass sie eine Komödie. Aber die Mädchen, ich glaube, sehr, sehr gut sind. Aber überraschend, der cleverer Mann, der alte Mann, Albert Einstein, alle Leute kennen ihn. Sie kennen ihn. Alle Leute kennen ihn. Ja. Sie sind Angst vor uns. Gut. Und Charlie Chaplin. Man sagt, er ist Lola. Er ist Charlie Chaplin. Gut. Gut. Was ist das? Es ist Kekwein. Kekwein. Ja, in Thai ist Herb. Uh-huh. Herb. Erb. 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 So, hier ist feucht, fröhlich. Thai-Mädel sind halt Thais, die lieben quatschen. Ja. Like, sit or talk and... Kack, 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 kack. Mau-moi. So, you can say... Gossip, gossip in Thai is mau-moi. Gossip. Ah. Gossip, gossip. Yeah. Goodbye to Germany. Goodbye Germany. Now? See you later. Okay. Bye-bye. 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 Is it correct? Oh, no. Ciao-sau. Ciao-sau. Oh, yes. Ciao-sau. Ciao-sau-sau... Ciao-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau. Und Leute, vergesst nicht, Daumen da zu lassen und natürlich Channel abonnieren, Glocke anklicken, vorausgesetzt ihr wollt keine weiteren Videos verpassen. Und euch noch einen schönen Abend und hier ist jetzt.